Also ganz ehrlich, meine Welt lädt nicht, also ich kann nicht weit... Verpiss dich doch mal, du Scheiße! Mach dein Schild doch aus! Der ist aus! Creeper! Oh, schau, was kann ich denn sagen, ey? Der hat die Welt aber doch gut geladen, wenn du schon einen Creeper gefunden hast. Oh, Hardy! Ja, ich kann nix dafür! Hat er unseren ganzen Bruder weggebummst. Was sagt Dennis jetzt dazu? Dass Hardy nix dafür kann? Ja, das ist klar, dass Hardy nix kann, ey. Ich habe 20. Ah, die helle Bäume, wo gab's die? Ja, normal im, äh, hier Ebene, oder? Das ist ja normal, Junge! Voll normal, Junge! Hat jemand irgendwo Ebene bei sich? Boah, Hardy, was ist denn, was ist denn dein Fell heute so dünn? Oh, oh! Pass ich auch nicht, ey. Ebene bei sich, der Soldaten heißt? Hat er jetzt wahrscheinlich heute den Rücken rasiert. Den hab ich nicht verstanden. Oh, schon krass, wenn man so einen Diss von Johnny kassieren muss, ne? Dann hab ich voll nicht verstanden, ey! Ich hab irgendwas verpasst, glaub ich. Boah, dein Fell ist so dünn von Hardy heute. Oh, Peter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Irgendwann werden die so schwach und... Na, jetzt hab ich's versautet. Verdammte Scheiße einfach nur! So schwach! Aber nicht nur Hardy ist nicht heute auf der Höhe, sondern Peter auch nicht. Ja, ich glaub das auch, ey. Der Einzige auf der Höhe ist es Christian. Und hier kommt quasi... ...Nix hin. Also, das... ...wird hier noch ein bisschen... Ja! Das soll offen... Das soll offen bleiben! Das soll offen bleiben! Das soll offen bleiben! Da, wo noch... Halt doch mal das Maul jetzt! Wir haben relativ wenig... Ne, ich würde gerne zuhören. Jetzt ist ja richtig. Seid doch mal ruhig, wenn der Hardy redet. Gehört natürlich nicht. Da kommt doch wieder so mega viel, ey. Was sind das denn... Was sind das denn hier für... ...andere Steine? Ist das New Sandstone? What? Ja. Okay. So, und hier unten geht es quasi zu... Alter, wie kann man sich dann so drüber... Ja, ohne Scheiß! So witzig ist das doch überhaupt gar nicht! Wat... Wat für ne Abgrenzung? Wat? Jaaaa... Ja, warte, ich hab dir doch gezeigt, wie das aussieht, oder nicht? Mensch, Sepp, ey, schenkst du gar nichts, oder was? Geh doch auf die linke Seite, oder? Link ist an der Tür. Das ist unglaublich, wie viel Scheiß die einfach gelabern, ne? Voll nervig, ey, stell dir alle auf mute, das ist voll die Idee. Ja komm, wir unterhalten, ja, Hadi, wir machen das mal, wir unterhalten uns mal richtig hier. Boah, wie Männer, sagst du? Schreibt euch doch einfach Nachrichten. Jay gemutet. Oh, Hadi hab ich gemutet. Oh, hatte Hadi gemutet. Hat er, hat er, hat er, hat er, hat er. Peter wär jetzt eigentlich, ich piepe einfach. Peter sagt, wie man da rauskommt. Hätt dir doch gezeigt, wie er aussehen soll, Sam. Jetzt reden die Echtern, Alter. Wir wechseln doch den Channel kurz, so reden alle durcheinander, weil die einen den anderen nicht hören. Nein, das ist voll okay, ist voll okay. Ja, sowieso nicht. Ja, das ist voll okay. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja, aber wir müssen das ja auch herstückig machen. Erstmal Hadi, so und so gemutet. Das sind die beiden gemutet. Ja, ja. Ja, ja. Warum redet eigentlich keiner mit mir? Ja, hallo, hallo. Hallo, ich hör euch nicht. Genau, wenn wir nicht hören dürfen, was Hadi hört, dann dürfen die Zuschauer das auch nicht. Aber du hast das doch gesehen, wie das auch einfach ist. Ja, ja, bla bla bla. Mal gucken, wie Hadi sich jetzt aufregt, wenn ich ihn gleich besuchen gehe. Ja, so und ich mach das jetzt von der Breite her. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich schnapp mich sofort auf den Weg. Peter, ich bin Grasfarmer. Du bist doch vorne. Das hier ist ja noch nicht fertig. Ja, aber der Creeper, der hinter mir läuft, der kommt mit. Ach, das ist ja praktisch. Ja, für Hadi, den besuchen. Komm. Kopf Creeper. Ist auch noch einer? Jetzt auch... Oh! 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 Huch! Hm. Erstmal Stress machen. Dahinten ist eure Shisha-Bude, ne? Ja, das... Das ist der Dreckhaufen. Ja, mach, mach du erst mal. Das ist fähig. Abreißen können wir am Ende immer noch. Naja, und Spaß. Ja, ja. Von wegen. Selbst du sollst Farben gehen. Haha, genau du. Oh mein Gott, jetzt hab ich's fast gemacht. Oha, die. Oh, oh. Ich riech dir ruhig aus. Ne, ne. Das riech dir ruhig aus. Das war aber knapp. Das war aber echt knapp wie du. Alter, wie das reinhaut! Guck mal her. Ein Skelett mit Lele... Noll! Auf jeden Fall! Da liegt Hardy dann so rum. Alter! Hardy stirbt. Die Skelette sind relativ... Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Wow! Ne Spinne! Nein! Hardy stirbt. Alter, wie Seb auch einfach nur dabei steht. Alter, die Skelette sind ja sowas von übelst gef... Ja, alter. Das ist so scheiße, jetzt kannst du gar nicht draußen hingehen und arbeiten. Klar, ich arbeite die ganze Zeit. Ja, ich muss aber Sand farmen und dann kommen die ganzen Skelette. Ja, ja, Seb, du bist ganz toll. Gerade ist Trauerstimmung bei mir. Boah, Barcelona, er hat einen Lappen fallen, ohne Scheiß. Alter, schon wie... Genau das gleiche Tor, ne? Ja, aber diesmal ist Gomez angeschossen worden. Genau das gleiche Tor. Oh, wunderschön, ey. Die Ecke kommt lang. Da machen die die so frisch, ey. Da steht einer am zweiten Pfosten und köpft den einfach da rein, ey. Sooo läppsch. Ja. So, komm. Wär so geil, wenn ich die 4-0 platt machen würde. Ja, aber weißt du, erstmal... Ey, nicht, nicht, nicht... Oh, oh! Ja, ja! Schieß! Schieß! Was war das denn für ein Lappenschuss, ey? Oh, ja, das war echt ein Lappenschuss. Alter, hätt aber ein bisschen mehr draus machen können. Weißt du, erstmal direkt vom 4-0 reden, anstatt vom 3-0. Oh, Müller, ey, das war aber leicht verzogen. Musst du mal meinen Reich überblicken, wie ich das denn jetzt eingrenzen werde. Tot. Toll, Sepp. Toll, Sepp. Ah, geh mal raus und kill die Viecher da. Nein! Ach so, wegen, damit du da rankommst, ne? Ah, doch, ich würd sagen... Wo ist er wieder denn? Da hinter mir! Oh, Hardy, schau mal auf den Monitor. Ja, warte, ich kann jetzt gerade... Aua! Okay. Also dahin... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020